Hier entsteht bald ein Asiat-Imbiss-China-Restaurant. Einer von denen hier, oder? Hat sie mir mal gezeigt. Den wie zu haben, oder? So warm, die Sonne ist am Untergehen, es ist einfach wunderschön, ich meine, wir sind jetzt zwei im Industriegebiet so, aber Wahnsinn, ganz richtig hier eigentlich ein T-Shirt rumlaufen. Unbequem, ein bisschen unbequem, aber ansonsten ganz gemütlich. Man muss ja schon sagen, das hat schon echt Stil, das spiegelt ein bisschen, aber da steht so ein riesen Buddha drin, das ist dann das China-Restaurant, was dann aufmachen wird. Ja, da werde ich auf jeden Fall essen gehen. Ein bisschen unverantwortlich finde ich, weil die können so leicht geklaut werden. Sagen Danke, bitte. Ich finde das hat was, diese Optik hier. Wenn du nur stehst oder so. Der ist, der ist auch krüger, den kannst du dir ja gerne ran stellen. Wie dunkel das geworden ist, wir sind jetzt irgendwie gefühlt eine halbe Stunde draußen gewesen. Ich habe mir übrigens das Tockerzimmer für so eine kleine Pflanze, für den Tisch gekauft. Sieht so schick aus, ne? Für 3 Euro kann man natürlich nicht mehr kommen, wenn man noch anderes Zeug gekauft, aber dann eher so für die Küche und so weiter, ne? Ich kann mich sehen, hallo! Servus! Das sieht voll cool aus, mit dem Fenster hier. Gehen wir mal den Brief ab! Im blau-Schritt, renn, 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 renn. Hier, es ist... Aha! Kleine Panchen und Winnie-Pooh, wa? Puhbär, Winnie, der Puhbär. Zu dem gibt es dann übrigens mal einen Test zu einem Alpenkräutertee aus dem Tetra Pack. Zu dem wird es einen YouTube-Video geben, eventuell mit meiner Freundin zusammen. Panty, was machst du denn für Geräusche? Wir machen jetzt keine mehr. Machen wir die Geräusche. Das ist ein Affe. Vielleicht erkenne ich es ja ein bisschen, vielleicht sieht man es ja ein bisschen. Es blitzt einfach die ganze Zeit. Einfach so. Aber auch nur der Seite entlang. Mal gucken, ob ich das einfangen kann. Ah hier, aber jetzt hat man es ja gesehen ganz leicht. Gucken wir mal, ob man es mal sehen kann. Also merkwürdig, es regnet nicht. Ja gerne, der Himmel war ja heil.